Ein richtig modernes Data-Munternehmen, ne? Diese Schulbehörden, die sind richtig... Ich lese dir mal drei Sätze vor, steht genauso drin im Landesbeamtengesetz NRW, auch in Bayern und Baden-Württemberg, nur damit du mal spürst, wie dein Arbeitgeber drauf ist. Nur damit du mal so spürst, wie die so denken, Janine. Pass auf, steht original so drin, nix ist verändert. Der Tod, der Tod. Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Steht original so drin, ja? Da war irgendjemand im Schulamt, der hat gesagt, nö, das ist eine starke Form der Dienstunfähigkeit, oder was? Also wenn man tot ist, ist es schon eine starke Form. Also dass man, das, bist du echt beeinträchtigt, ja? Wirklich, wenn du tot bist, musst du dir echt überlegen, ob du zum Dienst antrittst, ja? Muss ja wirklich, also musst du echt überlegen. Also den Schülern wird der Unterschied vielleicht nicht auffallen, aber überlegen sie sich, ob sie zum Dienst kommen, ne? Das ist...